was waren das was denn es war wieder der böse ep und ich bleibe hier hinten versteckt und damit hallo und herzlich willkommen zu sackboy der das verlorene schaf wollte ich gerade sagen der versteckte weihnachtsmann in der heutigen episode sehen wir den episode one lp garstig biestig schläger typisch drauf wie immer und den weinenden weihnachtsmann der sich hinter einer großen glocke versteckt das gute ist er ist ja schon rot also kann ich immer weiter schlage ich die unendlich in 1 h weil das haben wir schon gemacht nein das war das partner level ja ja will dir was aus aha aha ich suche mir nur die sachen aus die scheiße sind und danach mache ich nur noch die sachen nicht cool finde ja um baby ich bin sumo ringer da auch so stimmt denkt an alle mitziehen wir brauchen zwei kugeln ich habe gerade alle mit erziehen gelesen was sind das sind als ein bonus wenn da oben da oben schweine oder ich weiß gar nicht mehr ich bin so wie ich aussehen müssen das ding erst mal sonst kann man da nicht ran oder doch geht so auch so werden wir drauf springen müssen auch die dass wir auf dich springen du siehst so aus wie so ein trampolin nicht immer ab man das muss einen wert dann kann ich dich hoch holen das kann ich doch jetzt selber warte mal komm her ja danke da wollte ich die guck mal hier rechts oben was denn da ist das ding so nein nicht wegwerfen bist du denn oder was danke wenn du dahin springst hallo immer wieder da ist das so hier wir müssen hier oben nein wir müssen erst hier machen da nie mal ja dankeschön ich habe nicht gewinnter stacheln war das weg nicht mehr gezählt ich habe gedacht ich schließe dich guck mal ich hing hier so schön dran sie ist ja ja und ich habe gedacht ich schließe dich dann einfach mal ein aber ich habe die stacheln total vergessen du kannst mich machen was machst du denn oh scheiße nein nein ich muss dich wieder zurückholen ja dann musst du loslassen ja ich muss aber erstmal ja danke da wollte ich nicht hin wie danke ja ich konnte nichts mehr machen ja weil du rüber gesprungen bist schon ich bin aber nicht ja doch ich bin rüber gesprungen aber ja spring bloß nicht genau ich komme da gar nicht hoch jetzt oder ist das dein ernst ach so das ist ja dieses partnerlevel auch dieses partner gedöns das will ich eigentlich auch nicht weil du bist nicht spielfähig ey du bist böse oh scheiße ich wollte dich treffen jetzt komm doch endlich was machst du denn du sollst springen und rechts unten drücken nein mach du das los und jetzt schnell 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 aber hier oben ist noch was ja deswegen muss ich dich ja hochwerfen so jetzt aber wo stehe ich jetzt oben wenn ich dich hochwerfe ja dann warte mal ich lass mich den mal kurz weg machen das ist scheiße jetzt geht doch mal da runter jetzt geht doch die blödes da hochkomm da hochkomm da hochkomm da hoch schnell uah warte was gleich loslassen mitte 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 aber wir haben jetzt das fragezeichen nicht geholt das war da links ja aber wir müssen den erst mal der schießt doch die ganze zeit auf unten ne warte mal rechts aber was für ein fragezeichen hier ist auf jeden fall noch was aber geht es hier weiter oder hier geht es weiter da geht der ja natürlich macht er mich jetzt absichtlich kaputt ja leider kriegst du es nicht hin diese bittere erkenntnis hatte ich leider eben auch tadaa ich bin wieder da die sicher bittere erkenntnis holen wir sie wieder ach nein komm her oh was war das bleib dran bleib dran bleib dran okay tschüss nennst mich mal ich bin auch lieber hier alleine ne ich wollte nur mal kurz in Ruhe hier einsammeln weil sonst kommt der böse Epio macht immer alles kaputt oh na super doch jetzt ist er kaputt gegangen tadaa tadaa jetzt mach ich das auch mal dass ich oh pff dass ich mitten drin los lasse ey das ist so schwer oh ich hätte fast runter gefallen ja das finde ich auch blöd dass man dann so weit ich konnte nicht so weit ziehen zum Beispiel ach ne hier oben kommt der Bonuswerbe hier 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 war doch noch eine so kann ich hier nicht springen weil du das Ding ziehen musst da oben ach nein doch achso ich wollte dich da hoch werfen bring bring kann ich nicht achso doch jetzt ah dich lass jetzt unten oh nein du musst mich hochziehen ja ich kann dich nicht amüsieren hier unten ja spring mal ich kann dich trotzdem nicht amüsieren nein du musst doch rausziehen zieh das Ding raus achso uh achso äh warte mal sagst du mir das nicht ja warte mal da hätte man noch einen höher du sagst die ganze Zeit zu mir dass ich dich da hoch ziehen soll zieh mich mal einfach da hoch es hält sich mhm mhm hä Dann kannst du mich nicht hochziehen. Du musst da hin. Warte. Das war klar. Was machst du da? Du hast mich getötet gerade. Nein. Doch. Du bist ja noch da. Du konntest ja nicht warten, bis ich da bin. Ich halte jetzt fest. Ich dachte, du wärst da. Nee, wenn ich sage warte, dann heißt das warte. Und nicht, ich mache jetzt sofort los. Was ist das für ein Geräusch? Boah, jetzt. Ja, danke, dass du mich genau in den Fisch reinmachst. Das war nicht mein Herz. Warte mal, links war noch was oder nicht? Warte mal, auf der anderen Seite war was bestimmt. Guck mal. Guck mal. Ich bin zwar hier der Sumo-Ringer, aber du bist derjenige. Oh ja, hier, komm mal. Ach Mist, ja, warte, warte. Das ist der Bonus-Level, aber ich kann nicht auch reinziehen. Ich bin ja nicht so. Nein, ich bin jetzt durch den Fisch durch. Also einer muss unten bleiben, glaube ich. Warte mal, wofür ist der... Hä? Der hat den abgeschossen. Ach so, wir müssen die abschießen. Ah. Nein, du sollst das oben nehmen. Warte, warte. Ja, ich wollte auch mal was sagen. Ja. Haha. Oh. Scheiße. Was machst du da? Ich übersehe die Wand. Ach so, man darf ja nicht mehr fliegen. Nein, was machst du? Spinnst du? Ich hab dich geholt. Du hast mich nicht geholt. Du wolltest mich opfern, du Arsch. Nein. Ich sehe das auch unterfliegen, ne? Hier, da hinten, da muss man hin. Ach nee, wir machen erst mal die, glaube ich. Ach so, du bist gar nicht mit der. Das macht die so oben an. Warte mal. Das macht das so hoch. Ach so. Ja, geil. Ja, was? Das ist doch richtig. Ja, aber dann müssen wir hier nochmal. Mach rechts. Da hinten sind aber noch welche. Was machst du? Ey, Julia, geh auf das andere. Geh, bleib. Bleib vor meinem Schwanz. Das war dein Hintern. Nein, da ist kein Puschelschwanz. Aua. Das ist geil. Ich muss ihm noch nicht mal mehr was machen. Er macht es schon von alleine. Nein, wieso komme ich hier nicht durch? Hä, wieso komme ich da nicht hoch? Wie hast du das gemacht? Ich habe gestorbener Ball. Warte mal eben. Warte mal, hier unten ist noch was. Nein. Doch. Oh. Da siehst du. Ich wollte dich da hochwerfen. Nein. Ja, danke. Damit ich sterbe. Ja, warte. Ich wollte mich nicht zurückholen. Oh nein, hier ist auch noch was. Boah. Voll. Miese. Lass du mich auf, was du... Ich weiß, was du machen willst. Ich bin hinter dir am Laufen. Aua. Ich wollte dich eigentlich retten und rüberholen. Ich bin tot. Ich probiere das jetzt alleine, okay? Mach das alleine. Ganz alleine. Weil ich kann das. Warte. Ich... Oh. Das sieht aus, als wenn du gleich in die Hose mach. Ich kann irgendwie nur das eine. Keine Ahnung. Was war das? Komm mal her. Das hört sich ja schlimm an. Was ist das? Du packst dann irgendwie durch den Boden. Nein. Wenn ich einmal dich... Hallo. Wenn ich einmal dich erwischen will. Warte. Jetzt. Was war das? Wieso gehe ich da oben dann ran? Was ist das für ein Quatsch? Ich gehe immer da ran direkt. Nein. Keine Ahnung. Wieso kann ich... Ich gehe mal nach hier vorne. Vielleicht kannst du mich hier besser holen. oder so. Nicht da. Der zielt nur auf das Ding. Warte mal. Wenn ich unter dir stehe, kannst du mich dann ziehen? Ja. Mach mal. Schnell. Ja. Ich stehe hier. Komm mal hier. Uh. Doch. Nein. Oha. Ja. Der muss mich schnell holen. Kann ich nicht. Warte mal hier oben. Warte mal hier oben war da noch... Ey. Nein, da war nichts. Uh. Die habe ich nicht gesehen. Nein. 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 Kommt so hier oben. Nein. Warum gehst du mal weg? Weil du mich nach links schiebst die ganze Zeit. Oho. Oho. Nein. Ich hole dich wieder. Warte mal. Das üben wir nochmal. So. Pass auf. Achtung, das Ding kommt. Jetzt lass... Nein. Lass mich... Lass mich... Oh. Pff. Oh. Scheiße. Ich dachte, ich bin noch unten. Nein, noch nicht. Doch. Jetzt. Der geht jetzt weg. Mach. Was machst du? Wieso bin ich jetzt wieder runter? Nein. Was machst du denn? Ich mach gar nichts. Oh. Oh, ey. Wenn mit dir Partnerschaftssachen zu machen, das... Oh. Das war der Falsche. Hoch. Scheiße. Haha. Du gehst da nicht rein. Kommst du nicht hin? Nein, nicht mehr. Ja. Scheiße. Loser. Hä? Wo bin ich? Aua. Aua. Falsche Taste. Lass mich. Ohr voll in die Monitor rein. Aber ich hab die falsche Seite gemacht. Guck mal, ein gutes Bild. Du Pinner. Gibst du mir dein Ding wieder her? Nein. Oh, ich kann jetzt bei der nächsten Runde nichts mehr sehen. Ich hab Pipi in den Augen. Aber wir haben alles geschafft. Oh, Gott. Jetzt ist es mir ganz heiß. Und das bei minus ein Grad. Och, ich kann mich wieder nicht bewegen. Das ist doch scheiße. Na, du kannst nichts nehmen. Kommt ja das dicke Album. Ja. Und dann. Hä? Jetzt ist es weg, oder was? Was ist jetzt los? Jetzt hab ich genommen. Nee. Eben nicht. Komm mal, warte mal. Was hatten wir? So. Warte mal, das ist ein Ausrufezeichen. Äh, das war doch alles anders. Aua. Aber hier waren wir doch schon. Wo gehst du jetzt hin? Hier waren wir nicht. Wie sollen wir denn hier ab die Strickrütterprüfung? Ich geh wieder. Aber hier fehlt uns doch noch was. Diese Blubbergefahr. Hä? Die haben wir auch noch nicht. Was für eine Blubbergefahr. Ja, hier, die hier. Ja, wieso glücklichst du denn nach hier oben, wenn ich hier unten stehe, damit wir rein können? Ja, aber war hier nicht noch was? Warte mal eben. Aha. Nee. Ich hau dich jetzt, ey. So, vielleicht kommt so das Gehirn wieder zurück. Nein. Wo nichts war, kann auch nichts bekommen. Ja, da hast du recht. Das ist natürlich... Ah. Ich weiß, wer das ist. Ja? Drei. Oh, Nachmacher. Hä, wie Nachmacher? Oder hattest du den? Nee, du hattest den, glaube ich, ne? Ich hätte den nicht. Wo ich gesagt hab, der sieht aus wie damals das Spielzeug von Lena. Der sieht aus wie Psycho, auf jeden Fall. Ja, gedrückt halten zum Überspringen stand da gerade. Wir sollten das ganze Level überspringen. Das wäre cool. Oh, okay. Bin ich clever. Jetzt ist es rausgegangen. Achso, stopp. Wir mussten nach links. Sicher? Nein! Ich komme da nicht mehr hin. Oh. Hast du? Oh. Oh. Bin eher als du. Oh. Achtung. Achso, ich bin doch die Dinger am machen. Äh, wo bin ich denn jetzt? Hä? Hallo. Au. Ich bin tot. Du musst nochmal runter. Oh. Machst du mal. Oh. Oh. Du bist auch tot. Achso, da war das Ding. Ich dachte, das will weiter. Nein! Wieso prall ich dann immer zurück? Der hält sich nicht fest. Der breiter immer zurück. Welchen Rest? Der da noch drin. Stopp. Links. Ihr habt recht zur Rauch. Hol mich erst mal rechts. Hol mich erst mal rechts. Ich will dich gar nicht mehr lassen. Ja, dann lass mich mal. Oh. Da. Ja, aber fehlt uns doch mehr. Da unten war auch, glaube ich, noch irgendwas, oder? Ne, das war aber was, was wir brauchten. Das war die Hälfte von irgendwas. Gehst du mal? Oh, man muss da rüber gehen. Oh, ich sehe mich nicht mehr. Ich habe das eine. Achso. Sag das doch. Da ist noch eins. Nein. Oh. Ich bin tot. Nein, doch nicht. Ja, doch. Du schon, aber ich nicht. Achso. Scheiße, du warst oben. Oh. Aha. Ja. Hättest du mir das mal vorher gesagt. Ja, jetzt bin ich gut. Ich sage nur so schön. Du nicht, aber ich. Warte mal. Wie kommt man da hin? Dann muss man die Seifen lassen, kaputt machen, oder? Nee, man muss die Dinger brauchen. Kannst du mich da hochwerfen? Warte mal. Ah. Oh. Jetzt kannst du rüber gehen. Hol mal den anderen noch. Nee, du kannst rüber gehen. Du bist oben. Das ist doch mal schneller. Doch, den auch noch. Und jetzt ab durch die Mitte. Ach, scheiße. Wenn wir das nehmen sollen. Achso, wären wir da hingekommen. Achso. Ich bin doof. Ich gehe jetzt wieder vor. Ja, sehr gut. Wir kommen ja schon. Wo bin ich denn jetzt? Da bin ich. Äh. Wo gehst du hin? Nein. Ich bin tot. Nee, du stehst immer noch da. Achso, ja, aber ich kann da nichts mehr machen da unten. Geh rüber. Oh. War der ernst? Rüber. Ich warte lieber einmal länger als, äh. Oben war nichts mehr, ne? Da bist du. Zwei von diesen Dingern brauchen wir aber auf jeden Fall noch. Ja. Oh, das ist... Ah, hier ist eins. Was machst du? Oh, wir müssen da... Nein, da oben ist doch eins. Hängst doch. Nein. Ja, ich hab's. Ich hab's. Wir müssen doch rüber. Oh, nein, wir mussten aber links rüber. Ja, wir sind doch... Warte mal, ich geh nur... Oh, ja, so. Nein. Oh, oh, oh. Du musst doch nicht dahin. Da sind wir doch gekommen, Herr. Hä? Da. Da oben. Ja. Das hab ich nicht gesehen, das Ding. Ja, siehst du mal, ich seh mal die Kleinigkeiten. Aber ich seh da einen Affen nicht, der da mitten im Bild steht, zum Beispiel. Es ist unglaublich, aber ich habe ihn endlich gefunden. Baby Moe, den seltensten, fiesesten Fisch der kunstvollen Welt. Ich versuche schon mal... Ja, so würde sich ein Biss von Moe anfühlen. Hä? Sag mal. Hä? Hä? So würde sich ein Biss von Moe anfühlen. Hier, willst du das nehmen? Ich glaube, es ist eins seiner Eier, aber du kommst schon zurecht. Bist du etwa auch vom Aufruhr besessen? Oh, du kleiner... Hä? Wir mussten ja nichts machen sonst, oder was? Ja, aber das ist trotzdem... Oh, wir haben hier was Blaues bekommen, ja? Tschöchen, Pöpöchen. Tret auf die... Beziehungsweise geh auf die Knie... Pöpöchen, Pöpöchen. Geh auf die Knie und küss meinen Hintern. Bestimmt nicht. Ey, ohne mich wärst du da nie gelungen. Oh, das ist gemein. Also wenn du das machen willst... Ganz hochholen. Nach oben, nach oben. Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Scheiße. Scheiße, wo bist du? Ich weiß es nicht. Ach, da bist du... Nein, jetzt geh ich wegen dir kaputt. Hä? Ach so, ich hab mit dir gespielt. Äh... Okay. Wir haben aber viele Sachen nach unten jetzt liegen lassen. Wir sind Freundschläger. Der passt richtig gut. Ich spiel schon wieder noch mit dir. Ja, weil ich pink bin. Das ist irritiert. Das muss ich wegmachen. Haha. Aber wieso bist du so böse? Warum guckst du so traurig? Warum guckst du so traurig? Ich hab doch nur gerollt, damit ich rausgekommen, dann kann das Foto. Ja, vielleicht, weil wir nur einen Blauen haben. Deswegen bin ich jetzt ganz traurig. Lag aber hier, weil du bist so schlecht in den Blasen. Das ist, weil du das nicht kannst und alles übersiehst und überhaupt. Ja, noch trauriger macht es mich, dass ich jetzt leider sagen muss, dass wenn das hier jetzt mal alles durch ist, das ist ein schnelles Level. Also, ich bin nicht ganz so traurig. Das schnelle Level, das können wir noch machen. Irgendwann steht mal in den Kommentaren, es hört sich sehr danach an, als ob ihr im Kindergarten seid. Wahrscheinlich, ja. Oh, nicht schon wieder. Hallo, wie geht's los? Also, man kann die Dinger oben nicht machen, irgendwie. Sollst du ja auch nicht nachgehen, bei dir sind ganz viele von den Kuhlern. So herausragend und doch so bescheiden, das bewundere ich am allermeisten. Die Zeit ist gleich um. Hey, sind da keine mehr drin. Gut, da ist die Zeit abgelaufen. Ja, ein gebührender Sieg, ne? Das Wirbel, ach das Wirbelwerkzeug, ich hab grad das Wirbelzeug gelesen. So, aber jetzt bin ich ganz traurig, weil ich euch sagen muss, dass wir, bevor wir jetzt hier irgendwo weitermachen können, hier vorne ist das, ne? Dass wir, bevor wir hier irgendwo weitermachen können, das will ich grad nicht sehen, dass wir erstmal eine Pause machen, wollte ich grad sagen, einen kleinen Cut machen und dann in der nächsten Folge sehen, wie Epis Augen, äh, Epis Augen auch, ja, aber Epis Ohren immer ganz roter werden. Nein, werden sie nicht, ich mach aus deinem Braunen, mach ich irgendwas Blaues jetzt. Kannst du nicht, du erwischst mich gar nicht, haha. Rosa Lutscha, Chuba Chubs, du. Wenn du von hinten drauf dich drauf guckst, sieht das so ein bisschen so aus. Chuba Chubs mit Ohren, du. Hahaha, oh, das war gemein. Hahaha, oh, du kleiner, miese Kräuter. Also, wir prügeln uns noch ein bisschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Tschüss. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.